Da vorne steht jemand mit ein paar Papptafeln in der Hand, darauf einen Text, den ich hier vorlesen soll. Der Text ist ein Witz, genauer gesagt ein Ausländerwitz. Aber ich frage Sie, warum über Ausländer Witze machen? Wenn man die Ratten im Haus hat, dann holt man nicht den Clown, dann holt man den Kammerjäger. Der Fernseher in meinem Hotel ist so dünn. Es ist ein wunderwerk des menschlichen Erfindergeistes. Aber was läuft auf diesen Film? Wenn die Zeiten schlecht sind, dann braucht das Volk leichter Unterhaltung, das verstehe ich nicht umsonst, haben wir 1944 die Feuerzange wurde rausgebracht. Ich erinnere mich, ob es gut war oder nicht. Und dass man das Volk mit solch einem geistlich minderbemittelten Schwarzen bestrahlt. Was ist das? In diesem Land leben wir. Kinderarmut. Altersarmut. Arbeitslosigkeit. Arbeitslosigkeit. Wer will in dieses Land schon ein Kind setzen? Ihr Raas. Auf den Abgrund zu. Wer will ein Kind haben in diesem Land haben? Er sagt. Man sieht nicht den Grund. Und du sagst, er ist richtig. Aber wenn ich sage, er will ein Kind haben, weil es egal ist, welches Land ist, ist es alles Scheiße. Und du sagst, dass wir den Grund nicht nur erkennen, sondern bis wir ihn überwinden. Es ist 20.45 Uhr und ab jetzt wird zurückgesendet. Wenn du siehst, verrätst. Wenn du siehst... Wenn du siehst... Bis zum nächsten Mal.